Armin Jäger. Und ich bin etwas enttäuscht von den Bremern. Es fehlt mir bei Ihnen immer noch der bedingungslose Kampf, das absolute Wollen. Natürlich beim 0 zu 1 kann man noch nicht jedes Risiko eingehen. Günter Schäfer gegen Norbert Mayer, gegen Okudera, Andreas Müller, Karl Alkömer. 2 zu 0. 52. Spielminute. 2 zu 0, 21. Saisontor von Karl Alkömer. Hier sehen Sie es nochmal. Müllers Pass. Alkömers Annahme, scharf zu spät, Burdenski geschlagen. 2 zu 0 für den VfB. Und jetzt hören Sie diesen Jubel hier. Sehen Sie Udo Latek, die 2 zeigt er. Da muss in Stuttgart etwas passiert sein. Ins Neckar Stadion. Ins Neckar Stadion. das zum 1. 2 zu 0. Ge �ärt oder 10. 2 zu 0.